willkommen zurück in der welt des kognitiven trainings steigert ein arbeitsgedächtnistraining die intelligenz von kindern mit ads während man in den usa mit dem verkauf von gehirn jogging produkten millionen verdienen kann und es dort mittlerweile sogar brain fitness studios gibt also fitness studios wo man nicht seine muskeln trainiert sondern wo man sich vor den computer setzt und dann gehirn jogging spiele übt während in den usa also das geschäft mit kognitivem training das ist eher der ausdruck den psychologen bevorzugen würden blüht muss man ganz klar sagen bei uns in deutschland fristet das thema eher ein schattendasein und das hat wahrscheinlich nicht zuletzt etwas mit einer im jahr 2008 ausgestrahlten quarks und co sendung zu tun bei der im übrigen ich habe euch die sendung auch auf www.psychologie der schule.de verlinkt die ist durchaus auf dem stand der damaligen forschung und 2008 war man in dieser sendung zu dem schluss gekommen na gehirn jogging das bringt wohl leider nur etwas für die aufgaben die man auch wirklich trainiert hat in denen wird man besser aber leider ist es wohl so dass der transfer auf nicht geübte aufgaben also die generalisierung des trainings auf die allgemeine kognitive leistungsfähigkeit die bleibt wohl leider aus und das ist doch enttäuschend weil wenn ich joggen gehe dann erhoffe ich mir davon ja nicht nur dass ich auf dauer im joggen besser werde dass ich da mehr ausdauer habe sondern ich erwarte mir davon dass ich beim fußball spielen beim handball spielen beim tennis beim badminton spielen bei welcher sportart auch immer ich danach dann auch von diesen jogging ausflügen in hinsicht auf meine ausdauer profitiere und wenn es beim gehirn jogging eben nicht der fall sein sollte dann könnten wir das thema auch an dieser stelle schließen und sagen gut das bringt uns dann ehrlich gesagt nichts der punkt ist nur in den letzten drei vier jahren hat sich in diesem forschungsgebiet extrem viel getan und es gibt mittlerweile tatsächlich hinweise dass es vielleicht doch möglich wäre die allgemeine kognitive leistungsfähigkeit die fluide intelligenz durch training und insbesondere durch ein training des arbeitsgedächtnisses zu steigern das sind keine gigantischen effekte aber dass man überhaupt effekte gefunden hat das ist schon überraschend genug weil es galt über jahre hinweg als paradigma dass es nicht möglich ist die fluide intelligenz durch training zu steigern und viele forscher waren demzufolge absolut erstaunt und sind bis heute teilweise auch zu recht noch skeptisch gegenüber den gefundenen forschungsergebnissen nichtsdestotrotz ist das so eine zentrale frage im bereich der psychologie ist die intelligenz steigerbar ja oder nein dass wir uns diesem thema jetzt intensiver widmen werden und ich mich intensiver diesem thema widmen werde da ich auch meine diplomarbeit zu dem thema schreiben werde alle studien auf die wir in dieser und in den nächsten episoden einen blick werfen wollen haben eines gemeinsam sie setzen um die kognitive leistungsfähigkeit zu steigern auf ein training des arbeitsgedächtnisses und vielleicht erinnert ihr euch zu einem früheren zeitpunkt hatten wir auch schon mal über den zusammenhang zwischen arbeitsgedächtnis und intelligenz gesprochen und beide konstrukte arbeitsgedächtnis als konstrukt der kognitiven psychologie und intelligenz als konstrukt der differenziellen psychologie beide konstrukte korrelieren relativ hoch miteinander das heißt beim lösen von aufgaben aus dem jeweiligen bereich stoßen die versuchsperson anscheinend an die gleichen kapazitätsgrenzen und demzufolge ist es einleuchtend dass der eine oder die andere forscherin sich überlegt hat gut wenn das die gleichen kapazitäten sind die da weitgehend für gute leistungen in beiden bereichen von bedeutung sind dann könnte es ja sein dass wenn ich den einen bereich trainiere gleichzeitig verbesserungen im anderen bereich auftreten und genau das hat sich auch der schwedische forscher torkel klingberg gedacht der im jahr 2002 schon mal eine erste kleinere studie klein in dem sinne dass es nur 14 versuchspersonen waren die daran teilgenommen haben es waren 14 kinder im alter also ich werde es jetzt nicht jedes mal wiederholen die meisten studien über die wir jetzt hier sprechen werden oder alle studien über die wir hier sprechen werden das sind die kinder so zwischen sieben bis 15 jahre alt und dieser studie waren es auch kinder im alter zwischen sieben und 15 bei denen allen ads diagnostiziert worden war und ein merkmal von kindern mit ads ist dass sie im durchschnitt deutlich schlechter in arbeitsgedächtnis tests abschneiden jetzt habe ich diesen begriff schon im grunde zu häufig benutzt arbeitsgedächtnis ohne genau zu klären um was es dabei geht ich weiß ich habe das früher schon mal erwähnt aber das kann ich nicht erwarten dass ihr das noch wisst außerdem gibt es natürlich bestimmt auch noch leute die bei dieser episode zum ersten mal überhaupt in diesen podcast rein hören um zu verstehen was das arbeitsgedächtnis ist es am einfachsten wir machen ein kleines experiment und zwar werde ich euch jetzt einfach mal drei zahlen geben und ihr müsst euch diese drei zahlen merken und sie dann rückwärts also von hinten nach vorne wiedergeben ein beispiel ich gebe euch jetzt würde euch geben 3 4 5 dann müsstet ihr 5 4 3 wieder geben gut die zahlen die ich euch gebe lauten 9 1 5 jetzt werde ich sagen 5 1 9 wo ist das problem also ist ein absolutes kinderspiel gut machen es ein bisschen schwieriger ich gebe euch jetzt 7 zahlen 2 9 9 8 5 2 1 und auch diesmal werdet ihr sagen wo ist das problem das ist ein absolutes kinderspiel ja sieben zahlen sich zu merken und die rückwärts wieder zu geben gibt mir mal eine schwierige aufgabe nein ich mache nur spaß also natürlich hattet ihr mit dieser aufgabe höchstwahrscheinlich große probleme wenn nicht dann ist euer arbeitsgedächtnis wirklich sehr sensationell gut denn sieben zahlen das schaffen wirklich die wenigsten worum es mir eigentlich geht es einfach nur zu zeigen auf was es beim arbeitsgedächtnis ankommt es geht nämlich nicht nur darum sich die informationen die chance jede zahl ist eine informationseinheit ein chunk sich die informationen zu merken sondern man muss mit denen auch noch was machen man muss mit denen ja arbeiten ja und zwar in dem fall in dem man eben diese zahlen von hinten nach vorne wieder geben muss als informationseinheiten gelten natürlich nicht nur zahlen sondern als chance kann man natürlich auch noch die aufgaben machen mit buchstaben mit wörtern aber auch zum beispiel das wäre die visuell räumliche komponente stellt euch vor ihr sitzt vor einem computerbildschirm und an unterschiedlichen stellen werden der reihe nach kreise eingeblendet und nachdem zum beispiel sieben kreise eingeblendet worden waren ist der bildschirm wieder leer und ihr müsst dann per mausklick die felder markieren wo diese kreise aufgetaucht sind und eventuell dann auch wiederum rückwärts das sind also so klassische arbeitsgedächtnis aufgaben und solche arbeitsgedächtnis aufgaben kann man ja auch einfach mal trainieren lassen und genau das hat torkel klingberg im jahr 2002 mit diesen 14 kindern machen lassen während allerdings in der experimental gruppe der schwierigkeitsgrad dieser arbeitsgedächtnisaufgaben immer weiter gestiegen ist je besser die kinder wurden hier waren die aufgaben also adaptiv dadurch war gewährleistet dass die kinder immer an der eigenen kapazitätsgrenze geübt haben dass es also immer anstrengend war und sie immer auf dem höchsten leistungsniveau arbeiten mussten war es in der kontrollgruppe so dass die immer auf einem gleichbleibenden niedrigen niveau die gleichen aufgaben zu lösen hatten und hier erkennt man auch schon mal ein wichtiges konstruktionsprinzip für kognitive trainingsaufgaben es hat sich gezeigt dass dieser adaptive charakter dass also die aufgaben immer schwieriger werden desto besser man wird ganz entscheidend ist und das ist vielleicht auch der grund warum viele gehirn jogging produkte die so auf dem markt sind das ist vielleicht auch der grund warum kreuzworträtsel lösen oder sudoku lösen wohl nur einen wenn überhaupt einen winzigen effekt haben der grund ist einfach dass mit der zeit sich routine einstellt und dann kann man diese aufgaben ohne großartig sich anstrengen zu müssen einfach so lösen und dann kann es nicht zu umbauten im gehirn kommen wie sie zum beispiel von wie sie zum beispiel von der forschergruppe um den guru auf dem gebiet des gehirn joggings dr kawashima angeblich gefunden wurden also ihr merkt ich formuliere noch relativ vorsichtig die datenlage ist insgesamt in dem bereich noch relativ dünn und es bedarf hier sicherlich noch der ein oder anderen replikation aber in einer ganz neuen publikation entweder 2010 oder 2011 ich werde euch die studie verlinken soll sich an probanden die ein arbeitsgedächtnistraining durchgeführt haben tatsächlich eine verbesserte myelinisierung der axone im gehirn und eben in dem bereich der auch wichtig für das arbeitsgedächtnis scheint ergeben haben und wenn das wirklich so wäre dann wäre das wiederum ein großer paukenschlag wenn durch training sich wirklich axone besser myelinisieren würden und somit also ihr wisst ja die myelinisierung ist im grunde die isolierung der stromkabel die dafür dazu führt dass die informationen schneller über die autobahnen rasen können und wenn sich das wirklich erhärten sollte in zukünftigen studien dann wäre das wirklich eine absolute sensation aber zurück zu den ergebnissen der studie mit den ADS diagnostizierten kindern die kinder der experimental gruppe trainierten im durchschnitt circa 24 tage und an jedem tag ungefähr 25 minuten diese arbeitsgedächtnisaufgaben und noch eine Auswahlreaktionsaufgabe und nach fünf bis sechs Wochen schaute man dann haben sich Veränderungen eingestellt hinsichtlich ihrer Fähigkeit zum Beispiel eine Intelligenztestaufgabe zu lösen und die Intelligenztestaufgabe die da verwendet wurde das waren die Raven-Matrizen vereinfacht gesagt geht es bei den Raven-Matrizen darum dass man eine Auswahl von unterschiedlichen geometrischen Figuren gezeigt bekommt und man muss dann aus einer Reihe anderer geometrischer Figuren auswählen die sich alle relativ ähnlich sehen welche dieser geometrischen Figuren passt denn am besten zu den anderen dazu das heißt man muss mit Hilfe des schlussfolgenden Denkens was als Kern der fluiden Intelligenz angesehen wird herausfinden was sind denn die verbindenden Konstruktionsprinzipien und dann kann man sagen okay diese Figur hier gehört zu den anderen dazu und das Erstaunliche war jetzt wirklich dass eine Verbesserung im Lösen dieser Intelligenztestaufgabe eingetreten war jetzt kann man natürlich sagen gut 14 Versuchspersonen das ist jetzt noch nicht wirklich überzeugend und das gleiche haben natürlich auch viele Forscher gesagt und zudem müssen solche sensationellen Ergebnisse auch erstmal in anderen Studien repliziert werden bevor man Paradigmen einfach über den Haufen wirft demzufolge hat sich Torkel Klingberg daran gemacht noch eine weitere Studie zu präsentieren und die kamen dann drei Jahre später im Jahr 2005 raus diesmal gingen immerhin die Daten von 20 Kindern einer Kontrollgruppe und von 24 Kindern der Experimentalgruppe in die statistische Analyse ein insgesamt konnten also die Daten von 44 Kindern ausgewertet werden ursprünglich hatten sich sogar 53 Kinder bereit erklärt beziehungsweise wahrscheinlich deren Eltern hatten bereit erklärt dass die Kinder an dieser Studie daran teilnehmen würden aber bei solchen Trainingsstudien ist es ganz normal dass aufgrund von motivationalen Problemen oder es kann auch immer jemand krank werden nicht alle das Klassenziel erreichen also dass nicht alle das komplette Training absolvieren und deswegen muss man manche aus der Analyse rausnehmen sodass am Ende noch 44 und auch in dem Fall war das wieder Kinder bei denen im Vorfeld ADS diagnostiziert worden war die Daten von 44 Kindern analysiert werden konnten die Daten Die trainierten Arbeitsgedächtnisaufgaben waren durchaus mit den Arbeitsgedächtnisaufgaben aus der ersten Studie zu vergleichen. Natürlich, die eine oder andere Aufgabe ist noch dazugekommen und die eine oder andere Aufgabe hat sich noch leicht geändert, aber im Grunde vom Aufgabentyp her sind es genau solche Aufgaben, wie ich sie euch am Anfang vorgestellt habe. Das Computerprogramm, in dem die Aufgaben zusammengefasst worden waren, ist das Computerprogramm RoboMemo. Und dieses Computerprogramm wurde von der Firma Cogmed, zu deren Gründern übrigens auch der Forscher Torkel Klingberg gehört, wurde von der Firma Cogmed entwickelt und wird mittlerweile auch kommerziell vertrieben. Und wenn ihr euch jetzt sagt, oh cool, wo kriege ich das Programm, würde ich gerne mal ausprobieren, muss ich euch leider enttäuschen. Ich habe lange gesucht und es scheint so zu sein, dass die Lizenz nur an klinisch tätige Personen ausgegeben wird. Das heißt, der Normalverbraucher kann es nicht bei Ebay oder Amazon kaufen. Wirklich schade, weil mich hätte es schon interessiert, wie viel Geld die Firma Cogmed für dieses Arbeitsgedächtnistraining. Deswegen, was von der Machart, also ich habe auch ein kleines Video auf der Webseite verlinkt, was von der Machart jetzt nicht so aufwendig ist, ehrlich gesagt. Vielleicht hat der eine oder die andere gerade auch schon ein bisschen aufgehorcht, als ich gesagt habe, dass der Forscher Torkel Klingberg zu den Begründern der Firma gehört. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß oder merkt, hier gibt es sicherlich einen Interessenskonflikt, weil wenn ich der Begründer der Firma bin, die daran Geld verdient, dann bin ich ja durchaus daran interessiert, dass die Wirksamkeit dieses Trainings durch etwaige Studien untermauert wird. Andererseits muss man Torkel Klingberg zugute halten, dass er zum einen immer gegenüber anderen Forschern sehr offen agiert hat. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, das würde ich mir jetzt gerne mal genauer angucken und ich würde gerne Studien mit diesem Programm machen, dann hat er die mit offenen Armen empfangen. Und zum anderen hat auch die Studie, über die wir jetzt reden, aus methodischer Sicht, aus forschungsmethodischer Sicht, nicht, überhaupt nicht darunter gelitten, weil es verglichen mit anderen Studien im Bereich des kognitiven Trainings wirklich eine vorbildliche Studie ist. Wir haben hier eine doppelblinde Studie, das heißt, weder die Versuchsperson noch die Versuchsleiter wissen, in welcher Bedingung eine bestimmte Versuchsperson ist. Ob die jetzt in der Experimentalgruppe ist oder in der Kontrollgruppe, das wissen alle nicht. Zudem wurden die Versuchspersonen randomisiert, das heißt, per Zufall auf die Kontrollgruppe und auf die Experimentalgruppe aufgeteilt. Und wir haben hier eine aktive Kontrollgruppe, was auch ganz wichtig ist, weil damit gewährleistet ist, dass auch die Kontrollgruppe genauso viel Zuwendung erfährt und dadurch auch für Hawthorne und Placeboeffekte kontrolliert wird. Die Ergebnisse dieser zweiten, größer angelegten Studie schienen auf den ersten Blick die sensationellen Befunde aus der ersten Studie zu bestätigen. Denn nach im Durchschnitt 24 Tagen Training, an denen die Versuchspersonen jeweils ca. 40 Minuten lang Arbeitsgedächtnisaufgaben zu lösen hatten, schnitt die Gruppe, die adaptiv trainiert hatte, also bei denen die Aufgaben immer schwieriger wurden, je besser sie im Lösen dieser Aufgaben wurden, schnitt also die Experimentalgruppe erneut beim Lösen des Intelligenztests besser ab. Und die Kontrollgruppe, die also auf gleichbleibend niedrigem Niveau trainiert hatte, schnitt nicht nur im Intelligenztest etwas schwächer ab, sondern auch in fast allen anderen erhobenen Aufgaben. Allerdings bei einer weiteren Testung, die drei Monate nach dem Training stattgefunden hatte, also man will ja auch gucken, wenn es einen Effekt auf die Intelligenz gibt, bleibt dieser Effekt auch stabil, dass bei dieser Nachtestung es keinen statistisch signifikanten Unterschied mehr gab zwischen Kontrollgruppe und Experimentalgruppe hinsichtlich der Intelligenztestleistungen. Was allerdings nicht daran lag, dass etwa die Leistungen der Kinder, die adaptiv trainiert hatten, nachgelassen hätten, sondern es lag daran, dass die Leistungen der Kontrollgruppe besser geworden waren. Das heißt, die hatten aufgeholt. Torkel Klingberg versuchte sich so zu erklären, dass die auch noch wirklich aufholen konnten. Also bei denen war ja auch wirklich noch Luft nach oben vorhanden, während in der Experimentalgruppe einige Kinder schon fast die maximale Punktzahl des Tests erreicht hatten. Das heißt, wenn noch etwas mehr Luft nach oben vorhanden gewesen wäre, dann hätten sie die vielleicht auch ausnutzen können. Und man kann sich das so vorstellen, wenn ihr hoch springt und schon fast die Decke des Raumes erreicht, dann könnt ihr beim zweiten Mal springen, auch wenn ihr viel trainiert habt, nicht mehr höher springen, als die Decke es zulässt. Während jemand, der beim ersten Mal springen, noch einen Meter von der Decke entfernt ist, wenn der noch trainiert, dann kann der beim nächsten Mal auch noch 50 Zentimeter höher springen, ohne sich den Kopf zu stoßen. Deswegen nennt sich dieses Phänomen auch Deckeneffekt. Zum Ende dieser Episode werfen wir im Schnelldurchlauf noch einen kurzen Blick auf zwei neuerlich publizierte, nämlich im Jahr 2009 publizierte Studien, in denen genau das gleiche Arbeitsgedächtnistrainingsprogramm RoboMemo benutzt wurde. Die beiden Studien wurden diesmal nicht von Torkel Klingberg durchgeführt, was ganz wichtig ist, weil auch mal jemand Außenstehendes dieses Programm evaluieren sollte, sondern sie wurden unter der Leitung der britischen Arbeitsgedächtnisforscherin Joni Holmes durchgeführt. Und Joni Holmes und ihre Kollegen konnten es nämlich einfach nicht glauben, was sie da sahen, dass hier ein Transfer auf die Intelligenz stattgefunden haben soll, wobei es doch schon allein als geradezu unmöglich galt, das Arbeitsgedächtnis zu trainieren. Sowohl Arbeitsgedächtnis als auch Intelligenz galten bis dahin als nahezu unveränderbar durch ein Training. Und weil sie es nicht glauben konnte, hat sie sich dann mit Torkel Klingberg in Verbindung gesetzt und hat gesagt, das würde ich doch gerne mal selber ausprobieren. Das Ergebnis sind zwei Trainingsstudien, die zum einen insofern Ernüchterung brachten, als dass sie keinen Effekt des Arbeitsgedächtnistrainings auf das Lösen eines Intelligenztests erbrachten, was zum einen auf vielleicht Unterschiede in der Durchführung der Studie zurückzuführen sein könnte, wohl aber eher darauf zurückzuführen ist, dass ein anderer Intelligenztest verwendet wurde. Denn einer der ganz großen Kritikpunkte an den ursprünglichen Studien von Klingberg war, dass er eben nur einen Aufgabentypus verwendet hatte, um die Intelligenz zu messen, nämlich die Raven-Matrizen. Dass hier überhaupt ein Transfereffekt aufgetreten zu sein schien, war natürlich durchaus sensationell. Nichtsdestotrotz hätte man, auch in Hinsicht auf die Intelligenzdefinition, Intelligenz ist die allgemeine Aufgabenlösefähigkeit, sich gewünscht, und dass untersucht worden wäre, ob es einen Effekt auf noch weitere Intelligenztestaufgaben gegeben hätte. Und um genau diesen Fehler nicht nochmal zu machen, setzte Joni Holmes nicht die Raven-Matrizen als Maß des Transfers auf die Intelligenz ein, sondern den Wechsler-Abrbreviated Scales of Intelligence Test ein. Und wie gesagt, hier ließ sich dann kein Transfereffekt feststellen. Und wie sah es mit dem Arbeitsgedächtnis aus? Führte das Training bei den Kindern wenigstens zu einer Verbesserung im Arbeitsgedächtnis? Schließlich zählt das Arbeitsgedächtnis, ähnlich wie die Intelligenz, schon selbst als ein hervorragender Prädiktor für Schulleistungen. Und manche Forscher gehen sogar so weit, zu sagen, dass gerade bei Kindern mit geringer Arbeitsgedächtniskapazität, wie es eben bei Kindern mit ADS häufig der Fall ist, dass bei ihnen das Arbeitsgedächtnis eine Vorhersagekraft für Schulleistungen besitzt, die sogar noch über die Vorhersagekraft eines Intelligenztests hinausgeht. Und somit wäre der Nachweis einer längerfristig aufrechtzuerhaltenden Verbesserung im Arbeitsgedächtnis auch schon sehr wichtig. Um der Frage nach der Langzeitwirkung des Trainings auf den Grund zu gehen, führten Joni Holmes und Kollegen sechs Monate nach dem Training eine Follow-up Untersuchung durch. Mit dem Ergebnis, die Fähigkeit, Arbeitsgedächtnisaufgaben besser zu lösen, blieb tatsächlich aufrecht. Das wirklich Interessante war jedoch die Vorgehensweise, die sie gewählt hatten. Und zwar hatten sie in der einen Studie den Vergleich hergestellt zwischen der Wirkung von Psychostimulantien wie zum Beispiel Methylphenidat im Vergleich zu der Wirkung des Arbeitsgedächtnistrainings durchgeführt mit diesem Robo-Memo-Programm. Und das Spannende war, dass die Kinder, also zunächst mussten sie erstmal 24 Stunden auf Medikamente verzichten, wurden dann also zum ersten Mal getestet. Dann wurden sie ein zweites Mal getestet unter Medikation. Hier zeigte sich, dass die Medikation sich positiv auf einen Aspekt, nämlich den visuell-räumlichen Aspekt des Arbeitsgedächtnisses ausgewirkt hatte. Und dann haben sie circa 24 Tage mit dem Robo-Memo ihr Arbeitsgedächtnis trainiert. mit dem Ergebnis, dass sie in allen gemessenen Bereichen Verbesserungen im Arbeitsgedächtnis aufwiesen. Das bedeutet, zumindest was das Arbeitsgedächtnis angeht, schien dieses Robo-Memo-Training tatsächlich der Medikation überlegen zu sein. Das Besondere an der zweiten Studie von Holmes und Kollegen war, dass sie den Transfer des Trainings auf eine Aufgabe untersuchten, wie sie genau in dieser Form immer wieder im Unterricht auftritt. Und zwar ging es einfach darum, sich eine Reihe von Arbeitsaufträgen, die einem der Lehrer gibt, zu merken. Und das ist etwas, worin Kinder mit einem schwächeren Arbeitsgedächtnis immer wieder Probleme haben, wenn einem der Lehrer zum Beispiel sagt, okay, als erstes nehmt mal bitte euer Mäppchen aus dem Schulranzen, dann schlagt das Buch auf Seite 63 auf, dann bearbeitet bitte Aufgabe 5 und achtet darauf, dass ihr nicht Aufgabe 5a, sondern Aufgabe 5b bearbeitet und danach zeichnet ihr noch einen Kreis und berechnet den Umfang. Ganz offensichtlich geht es bei so einer Aufgabe darum, sich einiges zu merken und dann auch wirklich tatsächlich damit zu arbeiten und demzufolge wer es involviert natürlich das Arbeitsgedächtnis und das Spannende war jetzt wirklich, dass in dieser zweiten Studie gezeigt werden konnte, dass die Kinder, die adaptiv trainiert hatten, in dieser Aufgabe tatsächlich auch besser, signifikant besser abgeschnitten haben. Was uns also all diese Studien zumindest in einem Ansatz zeigen, ist, dass es letzten Endes doch nicht so egal ist, was wir mit unserem Kopf machen und vielleicht, ihr merkt, ich formuliere immer noch sehr, sehr vorsichtig, vielleicht sind aber sogar auf so einer grundlegenden Ebene wie der Verarbeitungsgeschwindigkeit Veränderungen möglich. Veränderungen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020